Schalke 04 hat einen neuen Linksverteidiger, Talent Hamza Mendel von Losklil zum Vizemeister der Bundesliga. Dies teilte Schalke am Freitagvormittag offiziell mit. Der Abwehrspieler unterschrieb einen bis 2023 datierten Vertrag. Aber nach Informationen von Sky und der Ligue-Keep überweisen die Königsblauen für den 20-jährigen Marokkaner 7 Millionen Euro nach Frankreich. Hamza Mendel debütierte 2017 18. in der Liga einer, wir haben uns lange und ausführlich mit Hamza beschäftigt und sind glücklich, dass wir ihn verpflichten konnten. Er bringt sehr viel mit, was wir uns für diese Position wünschen. Adetik, Dynamik, Robustheit und Mut in der Offensive. Wir haben große Lust, mit diesem Talent die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen, sagte es 04-Trainer Domenico Tedesco. Nach der Verletzung von Bastian Otschipka sahen die Schalker Verantwortlichen vor allem auf der linken Defensivseite noch Handlungsbedarf. Manager Christian Heidel bestätigte zuletzt konkrete Gespräche mit einem potenziellen Neuzugang. In der abgelaufenen Spielzeit kam Mendel zu seinem Debüt in der Liga 1. Am Ende standen 13 Einsätze zu Buche. Mehr zu Schalke 04.